Ich versuche viel zu oft, dass ich viel zu große Steine aufhebe und dadurch werden einige dieser Wege unglaublich träge. Das Gewicht auf mehrere Kilometer verteilt macht den Weg oft zu schwer, doch ich gehe ihn, bis ich finde, was ich seit Jahren begehr. Die Freiheit von Lasten, die ich unnötig mit mir trage und einen Ort, den ich verwende, als eine Art Ablage. Um dort dieses Paket abzulegen, was die Jahre im Verlauf der Zeit für mich schnürten, welche mich wiederum an diesen Punkt, an dem ich jetzt bin, führten. Diese Jahre waren eine Reise durch Selbsthass und Anfeindung und führten mich zur daraus resultierenden absoluten Vermeidung. Der Vermeidung von diesen Gefühlen, die Vermeidung von diesem inneren Feuer, während ich dabei bin, mein Inneres zu kühlen und die Glut mit dem Wasser der Tränen steuern. Und Tag für Tag das Zischen höre, wenn es versucht, erneut zu entflammen. Doch das Wasser ist dabei, es zu zähmen und in eine niedrigere Hierarchieposition zu verdammen. Das Wasser ist dabei, es zu zähmen und zwar heißt, es ist erneut zu zähmen. Vielen Dank.